Seit mehr als 30 Jahren vereint die Marke Lubratec erstklassige Lösungen für eine tiergerechte Haltung von Nutztieren und eine effiziente Hofbewirtschaftung. Leistungsstarke, individuell gefertigte Belüftungstubes versorgen ihre Tiere mit gesunder Frischluft und reduzieren den Keimdruck im Stall. Gefährliche Bakterien, die zu Atemwegserkrankungen und Infektionen führen können, haben so kaum eine Chance. Das Lubratec Sortiment umfasst verschiedene Lösungen für eine einfache Stallbewirtschaftung. Die großen Durchfahrtsöffnungen eignen sich ideal für eine zügige Versorgung der Tiere mit ihrem Schlepper. Eine hohe Windlastaufnahme und die hohe Systemsicherheit stehen für Langlebigkeit und Qualität. Die textile Leichtbauweise der Tore und Fronten sorgen für zusätzliche Lüftungseffekte im Stall. Die wartungsarmen Produkte lassen sich genau auf ihre Bedürfnisse zusammenstellen. Unsere Spannvarianten sind eine kostengünstige Alternative zu massiven und luftundurchlässigen Wänden. Sie sorgen neben Wind- und Wetterschutz für zusätzliche Frischluft und haben einen Windbremseffekt. Einen besonderen Beitrag zum Wohlbefinden ihrer Tiere leistet der Lubratec Lichtfirst. Natürliches und gesundes Tageslicht wird breit gestreut und durchflutet den Stall, ohne dass eine gefährliche Hitzeansammlung entsteht. Wärme, die sich unter den Membranen entwickelt, wird durch die effektiven Austrittsöffnungen abgesogen. Für den größten natürlichen Lüftungseffekt und zusätzliche Frischluft sorgen seitliche Wickellüftungen. Zugfreie Frischluft steigert das Tierwohl, denn sie vermeidet Hitzestress bei ihren Milchkühen und reduziert Schadgase und Keime im Stall. Unsere extra großen Deckenventilatoren sorgen für eine angenehme, kontinuierliche Luftumwälzung bei geringem Energieaufwand und niedrigen Betriebskosten. Sie sind einfach nachzurüsten. Genau wie unser Lichtsystem mit modernen Lubratec LED-Leuchten. Steigern Sie die Vitamin-D-Produktion und somit die Gesundheit für eine bessere Milchleistung Ihrer Tiere. Durch die effizienten LED-Leuchten senken Sie gleichzeitig Ihre Energiekosten. So einfach können Sie Kosteneinsparungen auch bei der Stallbeleuchtung erzielen. Nutzen Sie unsere intelligenten Lösungen auch für den Melkstand oder Wartebereich. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Unsere vertikal verstellbaren lichtdurchlässigen Hubfenster sind zum Beispiel hervorragend für diese Gebäudeteile geeignet. Auf Wunsch entwickeln wir zusammen mit Ihnen erfahrenen Tierärzten und Architekten Ihr komplettes Klimakonzept zur Steigerung der Tiergesundheit. Alles aus einer Hand und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir nennen das Lubratec-Konzept. Alle Produkte des Lubratec-Systems sind hier perfekt aufeinander abgestimmt. Gerade Ihre Kälber brauchen von Beginn an optimale Bedingungen, um ihr volles Potenzial zu entwickeln. Deshalb haben wir den Mobilstall für den Außenbereich in unser Produktportfolio aufgenommen. Er bietet ideale Bedingungen zur Steigerung des Tierwohls von Anfang an. Eine weitere Lösung für den Außenbereich sind unsere Faltfronten. Sie schützen Ihre Güter und landwirtschaftlichen Maschinen vor Witterungseinflüssen und halten dank seitlicher Führungsschienen und Quergurten auch größeren Windlastenstand. Für die Geflügelhaltung bieten wir eine Trennlage an, die sich besonders positiv auf die Hühnerverteilung im gesamten Auslauf auswirkt. Dies verhindert die Überdüngung einzelner Bereiche, die den Nährboden für Krankheitserreger und Parasiten bilden. Zusätzlich zur Milchvieh- und Geflügelhaltung können die Lubratec-Produkte auch in der Schweinehaltung überzeugen. Unsere Stabitore und Wickellüftungen eignen sich ideal für alle drei Einsatzbereiche. Mit Hüsker haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite. Gemeinsam entwickeln wir das Wohlfühlpaket für Sie und Ihre Tiere. Lubratec. Hier finden Sie die passende Lösung für die Belüftung, Belichtung und Bewirtschaftung Ihres Betriebes rund um die Nutztierhaltung. Steigern Sie die Gesundheit Ihrer Tiere, erhöhen Sie Ihre Vitalität, Ihre Aktivität und Futteraufnahme und gestalten Sie Ihre Hofbewirtschaftung noch effizienter. Mit Lubratec.